Ok, die haben wieder ne neue Dingsbums, Bullerwerfer Ding der aber unbemannt ist, wie so auch immer Ja, bei denen ist auch noch ein Giga Von beiden Seiten wird jetzt ein Giga Oh ja ja, das sind zwei Gigas von der einen Seite, oder? Drei Gigas und ne Schildkröte hab ich gefunden Drei Gigas und ne Schildkröte, oh Gott Ja ok, ich spiel wieder, bei dir ist das keine mehr, ich kann nicht mehr Giga spielen, das ist langweilig Bringen die ganze Zeit, oder was ist das? Ich hab zwei Millionen Steine und drei Millionen Metallbahnen Und die Quetz fliegt gerade wieder nicht Ich versuch die Turtles zu kriegen Warum kann man eigentlich mit einer Handschelle boxen, aber keinen Schaden machen? Hä? Wo ist denn? Das ist die Turtle Die kommen mit drei Gigas Aber ich hab die Turtle Wow, 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 wow Alter, die haben aber einen richtig schnellen Wir haben aber einen richtig schnellen Quetz da Hör mal Unser, wie viel hat meiner? Der hat ja schon über 300 Movements Wir hätten noch mal mehr Moka? Ja bitte? Soll ich der Allianz sagen, die sagen, die sagen, ich bin mal langsam auf den Weg machen Ich mein, drei Gigas ist jetzt Ja, ja, da können die langsam Ich sag dir bestimmt, Jungs Ja, auch machen? Ja, ja, kannst du auch machen Weil ich fliegt noch eine extra Runde Dann füllt man die Munition nach auf der Seite, wo die gestern angegriffen haben Oh, guck mal, der ist sogar auf K Okay, der andere Giga flutet schon Auf dem was ich hab Äh, die Jungs wissen schon Bescheid Die sind schon unterwegs Naja Sag, die sollen noch warten Erst wenn die angreifen, sollen die von hinten kommen Die sehen das ja im Screen Die sollen sich einfach irgendwo weiter weg versteckt halten Und warten Und lass die Munition auffüllen Ähm Da wo die gestern angegriffen haben Da kommt die zwei Gigas Da alles aufhören Das sind, äh, also da sind nur Tausend Proof nach Schuss Die wir da noch Das sind drei Das sind drei Gigas Ja, der dreht sich einmal so Hab ich doch gesagt Ja, aber von der einen Seite kommen da zwei Wenn ich was richtig gesehen hab Das sind das drei Gretz Richtung Landesstation Wir können dann, wir gehen gleich auch mit unseren Ne, zwei müssen auf den T-Rex und auf den Spino Und, Kevin, wie viele Bären fallen hast du? Ich hab 20 Stück Ich werd die dann nacheinander platzieren Je nachdem wo die kommen Hey Ja, ja, perfekt Perfekt Und da vorne wird was angegriffen? Von den? Der eine Rex rennt einfach unten durch die Lava durch Der eine Rex oder einer? Die kommen jetzt, die kommen jetzt Die kommen jetzt, die kommen jetzt Die kommen jetzt, zwei Rexe Die rennt gut durch die Lava durch Alter, wie viele Glückschätze die hier rumpfen Von denen Alle mit den Minigern gehört Ja Da, der andere hat jeweils blutet Schießt, schießt die Sniper Äh, wir brauchen Sniper Jo, ich mach das Ich versuch zu graben Die anderen müssen runter Snipern Die werden gleich wahrscheinlich mit so 10 Dingern versuchen reinzustürmen Den T-Rexe, ich hab'n ja gar gut Na, geht down Der wird von den Pflanzen getötet Guck mal, der wird von den Pflanzen getötet Das ist halt down so Ok Let's see Ich hab'n die Sachen Ey, ich level auch noch Und das ist ziemlich gut Ja, die sind jetzt noch ins Level Yeah Sie kommen vom Spinosee. Garnas drin? Die haben wieder ganz drauf, Leute. Yo, ich kümmere euch gerade um Munition für meine Sniper, dann hol ich die da runter. Wir können keine Sniper-Munition mehr machen, wir brauchen das mit allem. Ich weiß, ich weiß. Bacardi, vielen, vielen Dank, vier Rackse vom Spinosee. Irgendwas greifen an, was ist hier los? Ich greffe geschossen am blauen Turm. Hat einer Munition nachgefüllt, in der ersten blauen Kiste, im Haus. Wollte ich jetzt gleich machen, aber es laggt, weil die gerade einkommen. Kann das sein? Kann das sein, dass... Jo, die kommen mit dem ersten Rexen. Ey, wieso hab ich den 15 FPS? What the fuck? Weil die ganzen Pflanzen schießen, Mucka. Ach so. Ist das Giga oder Rex das? Rex? Das ist Rex. Dann grab mal die Person, würde ich sagen. Die wird jetzt aussterben und der Rex, der steht auf Kardan und stirbt einfach nur. Der Rex ist tot. Rex tot. power Ella iZ1 Ante ist raus, Jungs. Anti, escape from your... Iam the Master Quest. Iam the model of Dragons. Babak! Baaaaaack! Digga warte ich lande jetzt einfach auf einen von denen Funktioniert nicht so Hab zwei rechte weniger 2 schon? Die haben schon 2 umgebracht Ja, wir brauchen halt nicht mal die Dinger, die Pflanzen alleine. Ich sag dir, diese... Es gibt zwei verschiedene Sachen, die einfach fucking OP sind. A sind Turret Pillar und B sind diese Pyramiden. Diese Pyramiden sind zwar einfach zu besiegen, aber die schinden ohne Ende Zeit. Die schinden ohne Ende Zeit. Ich bin ja auch der Grand Ma... Ich bin der Grand Ma of the Quasalos. Dörtel, Dörtel kommt. Wo? Du solltest vom blauen Turm aus. Überm blauen Turm jetzt gleich. Okay, okay. Ja, ich grab die, sobald die getroppt. Überm blauen Turm. Wird gedroppt, überm blauen Turm. Ich krieg noch in der Luft. BAM! Hab ich die? Mars, runtergekommen. Nice. Ich kann einmal Tor aufmachen. Wartes, grab mich mal aufs Dach, bitte. Tor aufmachen. Rennen. Tom, warte, ich renne zu viel. Selfish ist davor. Selfish macht. Leute, ich werd angeschossen. Da kann man tief. Giga hat es kommen, Giga kommen. Okay. Wartes, grab mich mal. Wartes, grab mich mal. Aufs Dach oben drauf. Kann einer die Schildkröte drin töten? Ja. Mach ich gleich. Lass mich fallen, lass mich fallen. Ich hab keine Sachen. Das Tor muss schnell zugemacht, denn Leute. Die Schildkröte läuft wieder raus. Jetzt kannst du die da aufmachen. Die ist schon rausgegangen. Moment. Wer ist denn am Tor gewesen? Selfish war das? Ich? Ja, ja. Selfish. Bitte auch, ne? Jetzt zu machen. Ganz schnell zu machen. Die hier. Guck mal. Die ist hier raus. Die ist hier raus. Ja. Was ist wieder fein, das? Gea kommt. Gea kommt. Gea kommt. Gea kommt. Gea kommt. Gea kommt. Gea ist Rage. Gea, du. Die Turtle saß immer so vorm Tor, dass das Tor die rausgedrückt hat. Ne. Ich behalte mir eben die Schildkröte zum zugucken, was da passt. Ja, vorn ist noch ne Turtle. Okay, die schlecht. Am blauen Tom wieder. Der Giga läuft gut durch, die Giga. Mach mal ein paar Geschütze oben auf dem Dach auf all Kreaturen. Noch n Giga. Laut um. Die Giga ist komm. Mach die Geschütze auf alle Targets Mach die vom Stall und alles, mach die auf alle Targets Also nicht auf alle Targets und Dingsbums Bei mir leckt das zu sehr Ich kann nichts machen Ich grab die Spieler Wie ist denn mit Turrets? Okay, jetzt müssen die Verbindeten kommen Die Quetzels sind auch schon halb down Die Quetzels sind auch schon halb down Drei Gigas sind in unserer Base drin, ne? Drei Stück sind in unserer Base drin, drei Gigas Äh, aua Ein Gigas ist der Krib, ein Gigas ist der Krib Bring mich mal aufs Dach, Maka Ja, ist dauernd Ich kann mit dem Spino kommen Wo schießt ihr denn? Ja, ja, komm mit dem Spino, komm mit allem Ein Quetzels down Äh, ja, irgendwie muss ich mich aufs Dach grabben Dann stelle ich die Insurance noch Soll man den Blacks auch angreifen? Ja, ja Ja, gebe ihm alles Ja, die kommen mit 3 Gigas Und alle in unserer Base drin, Jungs Ja, chill doch, ist alles offen noch Noch nichts passiert Weniger heulen, mehr spielen, Flame Ja, ich hab nur Lex So, das kann nichts machen Keiner ist wieder gepickt Haben wir noch irgendeinen Vogel Irgendeiner muss auf den, auf den, auf den Ding schießen Auf den Gunner da oben Äh, joh Ja Blame machst du die Turtles auch noch Ich kann, wenn die Gigas wirklich instinkommen Ich hab den Bazooka Gunner gekillt Die kommen nicht bei uns rein Die können, die können machen, was sie wollen Die werden nicht bei uns reinkommen Serverleck Ja, Alter Ja, Serverleck des Todes Und die ganzen Twitch schießen nicht mehr Ja, weil die schießen nur auf, äh, Player only Die hat noch keine umgestellt Dann muss ich jetzt so hoch Bin oben Dann muss ich die umstellen, das ist wichtig Die Rex ist down Ist auf all targets Ich hab den Gamma rausgeschossen Nice Giga raged, wenn ich den mit dem Bow anschieße, lol Nice Ja, du machst ja ordentlich, stimmt Ja, fall noch rein Treff ich den, wenn ich, sieht das einer Bin runter vom Dach Wurde von dem Giga runtergenockt Einfach respawnen Das Fleck gerade echt zu krass Autsch Ne, bei sobald der Giga Sobald einer drauf aufsteigt Ich steig ab und töte den Giga Zweiter Giga ist gleich RIP Zweiter Giga ist gleich RIP Okay, ich hab einen Quetzel down 266 Down Die verlieren alles Ich steck ab Ich steck ab Kann die Oh Batsch Tat weh Ein Quetzel, äh, ein Giga ist wieder RIP Bleibt nur noch einer Ich stell gerade alle, äh, alle ganz auf all targets Brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht Lass die auf all die Dings an Ja Da ist noch eine Schildkürte Den müssen wir wegmockern Da müssen wir die Spieler abhalten Verbündete sind jetzt auch da Die ziehen sich alle zu dick Schildkürte hab ich auch Giga beiß, Vorsicht Oh, ich bin wegge-sniper Ey, mein lieber netter Beschützer hat sich gerade weggeballert Wow Spino lebt noch, Spino lebt noch, Leute Wir haben so flippende Oh ja Hey 13 Alles fallen Ich kann nie, dass wir spawnen Ich kann nie, dass wir spawnen Ich hol die Schildkürte wieder Ey, ich kann echt nicht zum Vulkan, ne Die folgen mir und hol die Schildkürte Obwohl, der hat die nicht wieder geholt 16 T Ohne Ohne Scheiß Die versuchen den Quads zu looten eventuell Ich bin mir nicht sicher Der Giga hat gar nicht Angst Ich hab die eine Quads-Plattform-Sattel mitgehen lassen Ich lande vom Giga Ich schieß den Giga an Der hat einen Mastercraft-Sattel 100% Meine FPS sind so den Keller gerade runter, ne Ich kann nichts mehr machen, kaum Leute, Leute, hinten, hinten, hinten Die sind hinten Die sind hinten Die versuchen unsere Dinger kaputt zu machen Noch ein Quads-Lis-Rip Basuka, Leute, Basuka ist gedroppt Bei uns hangt man der Base Ich hab da einen Spieler gedroppt Ich weiß nicht, wo Hinter dem Stall Hinterm Stall Zweiter Quads-Lis-Rip Ich steig wieder ab Kann einer auf unseren Quads fliegen? Ich mach in der Zeit ein bisschen mit Nahkampf Ja Ja Ich löte jetzt einen Giga Ja, ich hab den eben gelootet, dass wir auch noch Fleisch kriegen Geht hoch, sonst haben wir wieder das gleiche Problem Ja Der hat nicht mehr viel, Leute, der hat nicht mehr viel Wir haben auch eine Frage Die Zeit Nice, nice Ja, hey Ja, hey Alter Schwede, drei Gigas Wir müssen die Ganna rausschießen Wir müssen die Ganna rausschießen Ja, die Ganna müssen raus Ich würd sagen, Mucker, wir fliegen nochmal mit den Dixis los, oder? Ja Mit den, äh Mit den Bullas Ja, ja Alles klar Mach Und das unsers in unsäulen, okay Ich, ich repair nur eben Hier unten steht, unten steht einer mit dem Paketwerfer Und auf den Boden Ich repair noch eben, dann bin ich auch am Start Lass mich eben die Guss repel Ja Hier auf Nummer sicher Alter, die haben aber mir mit den Dingern gut reingeballert, denn Ich hätte nicht gedacht, dass eine Riot-Kristen kaputt gehen kann Kann einer mir noch ein paar Pfeile machen vom Rest des Eisens, falls sie mit noch irgendwas ankommt Wirst du schon drin? Ich bin drin, ja Okay Guck nach vorne, guck nach vorne Jetzt, 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 jetzt Warte, warte noch Jetzt, jetzt Ich steig ab, ich steig ab, steig du auf Ja, ja Ist ohnmächtig Ich lass ihn ohnmächtig liegen und töte den Kötzel Okay Ritter Kretz ist down Nee Vierter Kretz ist down Lass mich aufstehen, lass mich aufstehen, go go Warte, sag Jetzt Hoch, hoch, hoch Hoch, hoch, hoch Okay, und nächster, go, nächster Wo ist der nächste? Hier? Vorne, 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 wir verfolgen gehen Vorne Ich fliege, jetzt, warte, warte Hab ihn, hab ihn, wo er hat's Nice, nice, nice Kümmer dich um den Typen, kümmer dich um den Typen, der läuft weg Ich steig den Kötz Weiß über das Weiß über das Hey Also das ist echt Der geht auf mich, der geht auf mich Der geht auf mich Der geht auf mich Der geht auf mich Der ist down Ist auch down Schön, 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 schön Ich steig wieder auf uns hin Auf die Buller Jetzt, let's go ART BVP ist so ehrenlos ART BVP ist ehrenlos ART BVP Links Kletzel, hinter uns Kletzel, hinter uns Kletzel, hinter uns Kletzel Wo? Das ist unser Die haben alles verloren, was die hatten Einer aufm Boden Ich würd nur sagen RIP 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 ART BVP EHRENLOS Wie sagst du? Das ist nur ne Frage der Zeit, man Man muss Oh, Buka, pass auf! Töts! Töts! Alles okay, alles okay Scheiß, noch ein Quetz Ja, ja, töd dich von hier aus, töd dich von hier aus Alles klar Er bekommt nen herzen Machtplem Schön, schön ART BVP ART BVP Ich kann den aber nicht Bullein, wenn er ART BVP Warte, passt, passt schon Sorry, ich hab' nicht genug Er kommt Oh, das war... Treff ich oder nicht? Du triffst, du triffst Nächster Kletz down ART BVP ART BVP ART BVP Wo ist Schildkröter? Schildkröter Links davon Okay, klein mach' Wir zerstören den alles, was die haben Wir zerstören den alles, was die haben Hast du die Tattel? Ich seh's nicht Ja, ja, ich hab' die ART ART LEUTE LEUTE EHRENLOS BVP EHRENLOS ART BVP ist das geilste, was man machen kann Man muss nur taktisch kämpfen Wir haben einfach nur abgebaut, dass von Anfang an die Strategie abzuwarten, bis der Gegner alles reinschickt Sobald alles drin ist, ist GG Angriff ist die Stärke zu verteidigen Man muss einfach nur warten, bis der Gegner denkt, er ist sicher am Gewinn Und dann ist GG Das ist Da ist halt Giga bei uns drin Das ist Mach mal einer die Tür zu schnell Ich kann nicht, ich steig ab Ich mach' Auf was schießen denn die Turrets, ey? Auf die Dingsens Mach mal die Schildkröter wieder onyplayer Du musst mich entpacken Äh, wo bist du? Einer hat die Tür aufgemacht Hau mich, äh, hier Nimm mal einen, der quits bitte Ich komm' Wer hat die Tür aufgemacht, Leute? Leute, ich wiederhole, mach bitte die Tür zu, die ist offen Jetzt backe ich Alles zu Jetzt backe ich hier munka Haha Ja, ich bagge halt auf Nimm doch einfach diesen Drecksquetz und flieg den weg, das wär halt hundertmal einfacher Das ist glaube ich nicht der Quetzgewebe Natürlich ist das der Quetzgewebe War der Quetz Hier wird das Ding Fuck jetzt hier die ganze Zeit Mach mal die Tür auf, ich bring den Scheißquetz nach oben, Alter, das frückt mich jetzt hier ab Okay, die sind jetzt bei der neuen Bait Die haben nix mehr, die werden nicht mehr weitergehen Die haben nix mehr, die werden nicht mehr weitergehen Danke, Mucca Ich mach Tür wieder zu Ich komm' nicht weg Müssen die ganze Vertilizer looten Ich komm' nicht weg Ja, ihr könnt looten Die werden nix mehr machen Die haben nix mehr Die haben nix mehr Die haben alles verloren gerade Das gibt's noch nicht Meistens, was die haben Wolltet ihr nicht Allein schaffen, hä, hä Ja, die haben vor uns alles kaputt gemacht Die haben alle und Na egal, der Sonne hingekommen Ja, ist weggeraided? Ja, die haben Die warten da mit Keine Ahnung Mit 10, 12, 13, 14 Leuten Und Die haben heute morgen schon angefangen Ab 8 Uhr haben die den Turrets leer gezogen Ne Mit Schildkröten Also als wir alle offline waren Ähm, wir haben die natürlich auch nicht so ausgestellt Ja, die haben auch richtig viel Schuss gefressen Und ja Wir haben grad noch versucht zu verteidigen Aber wir waren erst Ich war erst alleine Dann war noch einer dabei Und dann machen wir Drei, vier Das sind doch fünf glaube ich Und das kommen gleich noch Einer oder zwei kommen gleich noch Ja, aber lebt Also steht eure Base noch Oder nicht mehr? Und was hast du? Steht eure Base noch Oder nicht mehr? Ne, ach, da ist alles weg Okay Komplett